Willkommen zu einer kurzen Einführung zu G-Power. G-Power ist ein kostenloses Tool der Uni Düsseldorf, Link dazu in der Videobeschreibung und man kann damit für die gängigsten statistischen Tests im Vorfeld eine notwendige Mindeststichprobengröße ermitteln. Man sieht hier, wenn man das downloaden möchte, das geht sowohl für Windows ab Version XP und für macOS ab Version 10.7. Nach der Installation erhaltet ihr ein recht nüchternes Dialogfeld, wichtig ist zunächst Testfamilie, statistischer Test und Type of Power Analysis. Testfamilie bedeutet die Verteilung, auf der der jeweilige Test basiert. Wenn man nicht weiß, auf welcher Verteilung das Ganze basiert, kann ja mal vorkommen, einfach hier oben über Tests gehen und dann gibt es verschiedene Kategorien, Correlation and Regression, Means, Proportions und so weiter. Und wenn wir jetzt zum Beispiel den Zwei-Stichproben-T-Test rechnen wollen, dann gehen wir hier über Means und dann Two Independent Groups. Es gibt auch nicht parametrische Alternativen, also man kann hier sämtliches berechnen. Nachdem man das ausgewählt hat, gibt es dann hier natürlich nochmal die Bestätigung, also Difference between Two Independent Means, Two Groups, also den T-Test. Als nächstes Type of Power Analysis. Hier ist eigentlich nur relevant, wenn man im Vorfeld eine Mindeststichprobengröße ermittelt, a priori. Es gibt hier noch Compromise, Criterion, Post-Hoc und Sensitivity. Insbesondere Post-Hoc findet man doch noch recht häufig, aber seit ungefähr der Jahrtausendwende steht dieses Verfahren sehr stark in der Kritik, weil daraus häufig falsche Schlüsse gezogen werden. Das werde ich jetzt hier nicht im Detail diskutieren. Ich habe aber Literatur auch in der Beschreibung des Videos verlinkt, die dazu führt. Als nächstes braucht man hier Input-Parameter. Da gibt es verschiedenste Dinge, die man eingeben muss. Zum einen Tales. Tales bedeutet, ob man ein- oder zweiseitig testen wird. Das heißt, ob man eine gerichtete oder ungerichtete Hypothese hat. Im Beispiel eines T-Tests würde man als gerichtete Hypothese eben sagen, dass Männer größer sind als Frauen. Wenn man ungerichtet testet, würde man sagen, Männer und Frauen sind unterschiedlich groß. Also ich weiß nicht, wer von beiden größer ist, deswegen muss ich zweiseitig testen. Das weiß man im Vorfeld anhand der Hypothesen eben meistens, ob man zwei- oder einseitig testet und kann das hier entsprechend auswählen. Ich lasse jetzt einfach mal Two-Tailed ausgewählt und fahre fort. Als nächstes haben wir hier Effect Size D. Effect Size D ist natürlich speziell für den T-Test die Effektstärke Cohen's D. Je nach Verfahren sind es unterschiedliche Effektgrößen, die ihr hier habt. Effektgrößen geben an, wie groß ein Effekt ist. Also im Beispiel des T-Tests, wie groß der Unterschied ist bei der Größe zwischen Männern und Frauen. Die Frage ist natürlich, was trägt man hier ein? Standardmäßig wird von G-Power 0,5 eingetragen. Wir sehen schon, dass hier ein Tooltip erscheint, wenn man länger mit der Maus drüber ist, wo dann steht, was die Konventionen sind für die jeweilige Effektstärke. Also ganz hilfreich, dass man nochmal angezeigt bekommt, okay, ab wann ist es ein kleiner Effekt, ein mittlerer oder ein großer Effekt. Das ist sehr hilfreich. Man hat generell zwei Möglichkeiten. Die eine, man trägt einfach 0,5 ein, weil man sagt, gut, das ist jetzt Medium, ich weiß zwar nicht, was ich eintragen soll, aber ich trage einfach mal Medium ein. Oder man hat bereits vorhandene Studien, wo eine Effektstärke explizit angegeben ist. Die kann man dann natürlich verwenden, weil man sagt, okay, Studie X hat diese Effektstärke, deswegen gehe ich mindestens auch von dieser Effektstärke aus. Wenn man konservativer ist, setzt man natürlich eine kleinere Effektstärke an. Allerdings werden wir dann sehen gleich, dass das dann für die Mindeststichprobengröße natürlich dann auch erhebliche Folgen hat. Also nochmal, wir können entweder auf Basis auch persönlicher Erfahrungen oder eben auch anderer Studien das Ganze eintragen. Wichtig ist, muss wie gesagt begründet sein. Als nächstes hat man hier den Alpha-Fehler. Der Alpha-Fehler, das ist der Fehler erster Art, also die Wahrscheinlichkeit, die Nullhypothese abzulehnen, obwohl sie gilt. Also sprich, einen Effekt zu diagnostizieren, obwohl keiner existiert. Und das ist typischerweise eben 5%, also 0,05. Das ist aber auch in explorativen Studien gerne mal 0,1. Oder in manchen Disziplinen, manchmal in der Biologie oder in der Medizin eben auch 0,01, also 1%. Das ist dann jeweils von eurer Fachdisziplin abhängig, was ihr da ansetzt. Wie gesagt, die typischen Grenzen 0,01, 0,05 und 0,1, um eben den Alpha-Fehler entsprechend zu begrenzen. Weniger ist natürlich immer besser. Als nächstes haben wir hier die Power. Und da sehen wir schon Power in Klammern 1-Beta-Fehler-Wahrscheinlichkeit. Der Beta-Fehler, was ist der Beta-Fehler? Wir hatten eben den Alpha-Fehler. Der Beta-Fehler ist das Beibehalten der Nullhypothese, obwohl die Alternativhypothese gilt. Für wen das jetzt mit den Fehler erster Art und zweiter Art Alpha-Fehler, Beta-Fehler zu schnell ging, rechts oben ist auch dazu nochmal ein Video in den Infokarten verlinkt, wo ich das nochmal ausführlich erkläre, auch mit Beispielen. Hier will man eben typischerweise eine möglichst hohe Power, also 1-Beta-Fehler ist die Power und Power ist die Teststärke. Also die Fähigkeit eines Testes, einen tatsächlich vorhandenen Effekt auch als solchen identifizieren zu können. Und da ist es häufig so, dass man sagt, 0,95 ist da ein recht guter, anzustrebender Wert. Höher ist hier immer besser. Jetzt kann man natürlich sagen, 0,95 ist ein bisschen sehr hoch. Es gibt auch Studien, wo man sagt, ja 0,8 reicht für mich auch aus. Dann kann man hier natürlich auch 0,8 eintragen. Dann hat man in der Regel bei den meisten Verfahren hier schon alles eingetragen, was man braucht. Wir haben jetzt hier zwei verschiedene Stichproben beim T-Test für unabhängige Stichproben. Und da kann man hier noch Allocation Ratio eintragen, also die Größen der Gruppen und deren Verhältnis zueinander. Also wenn man jetzt zweimal so viele Frauen wie Männer hat, dann würde man hier eben eintragen 2 oder 0,5. Das kommt aufs Gleiche raus. Wenn man aber in etwa gleiche Gruppengrößen anstrebt, dann setzt man hier einfach die 1 rein. Wenn man das alles getan hat, kann man hier auf Calculate gehen. Und dann bekommt man hier Sample Size Group 1 und Sample Size Group 2. Und dann natürlich zusammen addiert die gesamte Sample Size, Total Sample Size. Das wäre eben für 0,95 Power angestrebt die Mindeststichprobengröße beim T-Test für unabhängige Stichproben bei einer mittleren Effektstärke. Das Ganze kann man jetzt natürlich auch nochmal ganz kurz zeigen, was passiert, wenn man eben nicht von einem mittleren Effekt ausgeht, sondern von einem kleinen Effekt, also 0,2 zum Beispiel. Und wir lassen alles andere gleich. Dann sehen wir plötzlich, dass wir hier schon ganz andere Stichprobengrößen brauchen. Also 650 statt 105, sobald man eben nur noch von einem kleinen Effekt ausgeht. Das heißt eben auch im Umkehrschluss für euch, je kleiner der im Vorfeld festgelegte Effekt, desto größer werden hier die Sample Sizes. Und die Sample Sizes werden natürlich noch größer, die ihr braucht, wenn ihr mit einer noch größeren Power daran geht. 0,95 ist aber schon mit das Größte, was man nehmen sollte. Wenn man aber wiederum von einer kleineren Power ausgeht, also zum Beispiel 0,8, und wir gehen jetzt nochmal testweise von 0,5 Effekt Size aus, wie hier drüben, und das ausrechnet, dann sehen wir, dass wir jetzt hier eine deutlich kleinere jeweilige Stichprobengröße brauchen oder Gruppengröße. So kann man also mit G-Power im Schnelldurchlauf im Vorfeld einer Erhebung die Mindeststichprobengröße ermitteln, die man braucht, wenn man eine gewisse Effektstärke vermutet und wenn man zu gewissen Niveaus für Alpha- und Betafehler testen möchte. ENDE KOP